Hallo Leute, ich bin Jürgen. Heute spielen wir wieder Fortnite. Heute müssen wir Aufträge machen, weil diese Aufträge gibt es ja schon lange, die hier, die Geburtstagaufträge. Fortnite ist ja sechs Jahre alt geworden und die Aufträge gibt es noch schon lange und die auch. Und heute müssen wir fast alle Aufträge fertig machen. Die will ich sicher in diesem Video fertig machen. Ich schaffe vielleicht nicht alle und da schaffe ich vielleicht auch noch eins, füge ich in der Schaden mit Deku Smash zu und so. Da muss ich landen und so, aber das will ich mal machen, das noch und das muss ich auch noch machen, esse Kuchen. Aber, let's go, gehen wir in eine Trio Runde rein. So, gehen wir in eine Trio Runde rein, let's go. Ich mal Solo, mal Trio, komm, mal etwas anders. Aber eine Trio Runde, ich lande da und muss noch das Kuchen essen, Geburtstag Kuchen, dann muss ich da noch mal und drei von vier muss ich dann, dann sammle ich Geburtstag. Okay, das habe ich auch mal gemacht. Dann muss ich noch das machen. So, gerade nimm dran und... Okay, dann muss ich noch den Busfahrer bedanken. Let's go, gehen wir in die Rudere. Okay, dann. Okay. Einer ist die Siegskrone, der ist Level 106, aber ich bin nur 122, ist noch nicht so viel. Es ist schon viel, aber manche sind schon Level 180 oder so, oder sie sind übertrieben. Aber egal, lange dort, ich mache es jetzt. Und dann muss ich auch noch 6, aber vorne ist es schon etwa 3 oder 4 Tage, 6 Jahre alt geworden. Und ja, aber egal, man kann immer noch die Tage machen, die gehen ja noch 3 Tage. Das ist ja nicht so. Mein Skins ist ja einer meiner Lieblingsskins. Und der Gleiter, den man verdienen muss, in einem Ben Pass, in einem normalen Pettgarten, übersteht sich hier was ich meine. Und ja. Aber jetzt geht es mal um die Taschen, um die Aufträge. Um die Aufträge geht es mal hier. Und ja. Let's go. Ich glaube, der Sieg ist noch gut. Aber 2019, aber trotzdem, er hat eine Siegskrone. Und erst am 3. November kommt die neue Siegskrone. Und ja. Und jetzt November. Jetzt ist Tag geworden vor uns. Ich finde die Eins, die sind cool. Ich komme zu ja. Es geht. Die Skins, die wir in den Feldern haben, sind cool, aber... Ja. Jetzt muss ich mal die Waffen bringen. Hier muss ich noch hin, das Geburtstag suchen. So. Jetzt bin ich ausgerüstet. So. Jetzt bin ich ausgerüstet. was Pferde so es war. Jetzt bin ich ausgerüstet. Dass sie so bleiben hin. Oh, das ist ja. Ich bin ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet, also bin ich ausgerüstet. Und da ist schon sowas, ich bin ausgerüstet. Diese Menschen ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet. Und Eliminierung pro Kills bekommt man 1000 XP. 1.000 pro Kills hat man schon 10.000 pro Kills in einer Runde verdient. 1.000 pro Kills. 1.000 pro Kills. 2.000 pro Kills. 3.000 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 pro Kills. 4.000 pro Kills. 4.000 pro Kills. 4.000 pro Kills. Okay. Und 250 XP bekommen. Nicht so viel wie 1000 XP, aber trotzdem. So, jetzt haben wir gerade drei Spiele eliminiert. Und ich, älter, ich war, ich hatte, ich habe 10, 10, 10 Hit gegeben. Ja, schon 9, 8 mal so viel Hit gegeben. So. Jetzt habe ich keine Pump-Munition mehr. Soll stehen bleiben. Hä? Nein! Stehen da? Ach, egal. 6 Pump-Munition. Ja, auch so eine Pump-Munition. Bitte. Nein. Aber trotzdem. Ich habe jetzt 12 Pump-Munition. Das reicht, glaube ich, für eine Eliminierung. Wo sind da mehr Spiele? Ich suche mehr Eliminierung. Ich habe 5 jetzt, ich habe 5 Gegner schon getötet. Ich sage ihm, man muss sicher in einer Runde 5 Kills machen. Das habe ich geschafft. Und ich denke, ich schaffe noch die 7 bis 10 Kills. Ich denke, ich schaffe das noch. So. 7. 7. 10 Kills schaffe ich sicher noch. 8. 10 Kills auf einen Weg 買是不是 werde ich. Da muss ich Schaden mit Dekusmasch zu holen. Ähm, dann gehe ich mit Dekusmasch Schaden. Ja, ich würde gerne Schaden mit Dekusmasch zu holen. Und wo? Und wo? Hä, dann wo? Also hier. So, jetzt habe ich 24% Funktion. Das reicht, sehe ich. Noch ein bisschen mehr wäre... Egal. So, wir müssen in die Zone. Die Zone... Die... Ja... Ich gehe mal... Nein, ich gehe Dekusmasch zu holen. 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 Ich muss eben auf Schadenzug fügen. Und so reden. Von wo? Wir wollen Dekusmaschn... Ok, ich hole Dekusmasch... Schmerz... Schnell... Dann gehe ich weg. Wir haben mich noch nicht... Was ist das? Der soll in einen Busch kommen oder was? Der soll in einen Busch kommen. 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 Von wo? Von wo? Digga von hinten oder was? Nee, von hinten! Ah da! Gut Tast gemacht! Ich gehe in eine Runde rein, aber ich gehe nicht echt in eine Runde rein und nur noch einmal auf den Map lande und dann lande während vorne 6 Jahre 6. Geburtstag. Und ich muss eben noch das machen und dann... Ich gehe zurück in die Lobby aber... Nein, ich bin... Ich bin jetzt zurück in die Lobby gegangen. Ja... Ja, ich bin zurück in die Lobby gegangen, glaube ich. Ja. Aber ich habe einen Spray bekommen. Und ich glaube... Soll ich das nochmal schnell machen? Komm, ich mache das nochmal so. Einfach da... Ich will noch diese Task machen. Das kommt auch noch 20.000 XP über. Dann bin ich 24.000. Ich habe zwei Länders geschafft. Und da muss ich dann das machen. Und dann muss ich dann das machen. Ambus waren einfach... Gute... Wünsche. Fügel... Gebaute... Fügelgebäude mit... Fügelgebäude mit... Aufheben. Aber das kann ich auch nicht machen. Ich mache einfach... Ich lande. Ich hole schnell eine Waffe oder so. Nein, ich hole keine Waffe. Ich lande einfach. Und dann habe ich eine für eine Task gemacht. Ich habe wieder 20.000 XP über. Voll. Dann gehe ich zurück in die Lobby. So, das mache ich. Dann habe ich... Habe ich zwei Levels in diesem Video gemacht. Und das ist doch gut. Und das ist doch gut. Dann habe ich drei Levels weg. Ich lande einfach. Ich lande einfach. Nein. Ich lande einfach. Nein ich lande einfach. Ich bin so vor der Deckel. Ich werde das Deckel. Du kannst das doch einfach machen. Ich ne? Nein, ich bin nicht am Brieffahrt weggegangen. Nein, ich hab's an... Nee. Wieso habe ich... Ich mache... Ich kille es mit einem Rühmen. Kille von Rühmen, Länge. Kille von Rühmen, Länge. Kille von Rühmen, Länge von Rühmen, Länge von Rühmen. Das war es in diesem Video. Jetzt habe ich... Musste ich nur noch zwei von diesen machen. Eins eigentlich von diesen. Und dann habe ich... Das Birkmann-Spitzhackel habe ich auch bekommen. Wie sieht die aus? Ist die blau oder ist die... Ah nein, die ist blau, ja so. So wie auch letztes Jahr. Aber das war es von diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Okay, tschüss, tschau.